Der Anlass der Gründung unserer Menschenrechtsorganisation hätte trauriger und schmerzhafter nicht sein können. Es ging um einen Völkermord. Einen Völkermord an unserer eigenen Religionsgemeinschaft, den Jesiden. Viele von euch kannten die Jesiden bis dato nicht. Aber die Verfolgungsgeschichte von uns Jesiden gibt es, seitdem es diese Religionsgemeinschaft gibt. Und die IS-Schergen haben im August 2014 die Gräueltaten und den Völkermord an den Jesiden zu trauriger Berühmtheit gebracht. Am 19. Januar wird der Deutsche Bundestag sich für die offizielle Anerkennung des Genozids an den Jesiden aussprechen und eine entsprechende Empfehlung an die Bundesregierung abgeben. Seit Beginn unserer Menschenrechtsorganisation HAWA HELP haben wir auf diesen Tag hingearbeitet. Und wir können nicht in Worte fassen, von was für einer hohen, symbolischen und inhaltlichen Tragweite die Anerkennung des Völkermords an den Jesiden durch die Deutsche Bundesregierung für uns ist. Mir wird ein Teil meines Schmerzes genommen, weil all die Leinen den Menschen nicht vergessen werden. Und all die verflossenen Tränen keine mehr aus Hoffnungslosigkeit bilden müssen, sondern ein Regen aus Verlegens werden. Die Jesiden haben 2014 gesagt, hier vor dem Bundestag, heute wir morgen ihr. Die Ukrainer haben gesagt, heute wir morgen ihr. Und so können wir das weiter drehen. Und da geht es gar nicht um Angstmacherei. Und sie können jetzt zeigen, wie sie mit Völkermördern umgehen, aber auch wie sie mit Religionsgemeinschaften umgehen, die geschützt werden müssen. Es bedeutet mir sehr viel, dass unsere Geschichte mehr Aufmerksamkeit bekommt und nicht in Vergessenheit gerät. Da ich noch Familie in der Gefangenschaft habe und ich es für wichtig halte, dass man die Gerechtigkeit wiederherstellt für die Menschen, die immer noch in der Gefangenschaft sind, für die Menschen, die gestorben sind und für die, die immer noch um ihr Leben kämpfen. Im August 2014 überfiel die Terrormiliz Darsch, auch bekannt als IS, die jesidische Community im Irak. Mehr als 1.500 Jesiden starben bei diesem Angriff. Hunderttausende wurden vertrieben. Tausende als Kindersoldaten rekrutiert. Frauen und Mädchen in die sexuelle Sklaverei getrieben. Mitten im 21. Jahrhundert. Und auch wenn der Anlass noch so traurig ist und immer noch so viele Menschen in IS-Gefangenschaft sind und der Völkermord nachwirkt, möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen und vielleicht auch zu zeigen, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen und dass auch der Weg der Gerechtigkeit ein Marathonlauf ist, ein sehr langer ist, aber dass es sich lohnt, daran festzuhalten. Wir danken dem Petenten Goda al-Qaidi und all denjenigen, die dazu beigetragen haben, denn sowas wird von vielen Menschen getragen, auf breiten Schultern. Ich kann kaum in Worte fassen, wie bedeutsam dies für alle jesiden, jesidischen Gemeinschaften auf der Welt ist. Diese Anerkennung bedeutet für mich einen wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Wenn ich das kurz und knapp sagen müsste, dann würde ich sagen, das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt für die Unvergessenheit des Genozids an uns jesiden gewesen. Es kann aber nur ein erster Schritt in Richtung Gerechtigkeit sein. Wir hoffen und erwarten uns, dass auch politische Forderungen daran geknüpft sind, denn es geht nicht nur darum, was den Jesiden passiert ist, es geht darum, was Menschen mit Menschen machen. Die Erkenntnis für uns alle kann nur lauten, sich einzubringen, wenn Menschenrechte verletzt werden, auch dann, wenn es mich nicht persönlich betrifft. Es geht um die Einhaltung universeller Menschenrechte. Und es geht nicht darum, dass Jesiden für Jesiden, Ukrainer für Ukrainer einstehen, sondern es geht darum, dass die Welt sich einsetzt für vulnerable Gruppen, Minderheiten, Diskriminierung ausgesetzt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017